Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die Kunstsammlung in Neubrandenburg die Ausstellung Mein Bild. Damit werden Freizeitkünstlerinnen und Künstler angesprochen, die ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit präsentieren möchten. Alle Techniken sind erlaubt. Ein Thema wird auch in diesem Jahr nicht vorgegeben. Wir machen wirklich keine Vorgaben zur Technik oder zur Mathematik. Wirklich jeder, wie er möchte und was er eben besonders schön findet. Wichtig halt auch pro Teilnehmer nur ein Bild. Wir wollen da eben möglichst viele zeigen und das eben für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Also auch Kindergruppen, Schulklassen können gerne kommen. Dann gibt es eben auch Blockhängungen oder wie sich das eben ergibt. Also wir freuen uns wirklich über alle Teilnehmer und sind auch immer wieder erstaunt über die Qualität und die Vielfalt der Künstler, die eben in ihrer Freizeit in Neubrandenburg in Umgebung sitzen und malen und zeichnen und bildhauern. Also das macht auch immer wieder Freude, das zu sehen. Der Annahmetag für die Kunstwerke ist Montag, der 11. September in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Alle Werke müssen hängefertig abgegeben werden. Die Ausstellung findet dann vom 21. September bis 15. Oktober statt in der Kunstsammlung Neubrandenburg.